Dass es endlich so weit ist, dass Straßen umbenannt werden hier in Deutschland, ist mir eine enorme, eine sehr große Freude. Herzlich willkommen! Ich darf Ihnen sagen, dass wir hier einen großen feierlichen Moment erleben. Wissen Sie, wir gedenken jetzt schon seit 108 Jahren des ungerechten Todes unseres Großvaters, des Königs. Diese Symbolik hier ist wie ein Schlüssel, der ein Schloss öffnet.